Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr krassen Mütter und geilen Hüte, äh, der Wettel hier bei euch. Ich bin hier wieder Terrania-Haufbau und dieses ist weiterhin geil, wenn ich jetzt nicht mal für die Wand anbauen muss. Ich hab dann jetzt voll uns auf die Profi-Ammler ausbilden lassen. Dimmchen. Goldfisch. Ähm. Ja, ich würde jetzt mal das andere rausprobieren an sich. Man kriegt angeblich bessere Köder, wenn man dem Typen da Fisch anbietet. Jetzt war im Moment noch englisch, aber... Schluss drauf. So. So steht das. Das ist doch mal. Das ist doch mal, das ist. So steht das. Sige. Ah, voll kann ich mir wieder bei der Arbeit alles unter Wasser zu setzen, grünen. Ich bin ja auch ganz gut, alles unter Wasser zu setzen. Oh, das hat jemand direkt wieder in. Genau, das hat voll den Zweck. Ich bin ja auch ganz gut, alles unter Wasser zu setzen. Ich bin ja auch ganz gut, alles unter Wasser zu setzen. Und ich hab's euch versprochen. Oh, die Kiste. Die Kiste. Hallo. So, dann. So, dann. So, dann. Ich bin ja auch ganz gut. So. So. So, dann. So, dann. Oh, das ist nett. Die Tür, wenn wir mal festen. Okay, das Schädchen drehen wir mal weg. Ein Bunny behalte mal, die Resten hätten wir uns jetzt aus. Du bleibst hier. Goldfische. Ah, bin hier. Komm, ab in die Wohnung mit euch. Auch hier. Ja, jetzt. Ach ne. Ich hab nicht an meine Truhe. Oh, das ist überlebt. Jetzt haben wir erst mal Vögel. So. 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 ... 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 ich bin und nächster Christus die und Schuhe er will nicht ein er hat er will keinen alten Schuhe haben Ich bin best. So cool. 10k. Ja, voll spannend, würde ich sagen. Wir werden uns jetzt jetzt noch ein paar Fischchen anbauen und hoffentlich beißt gleich wieder einer. Nee, auch eine Stirnschnuppe beißt. Na, zack. Ich bin schon gespannt, wann unsere erste Blutmacht kommt. Stimmt wieder mega Spaß. Aua. Oh, mein Nacken. Also, Malfi, die Würmer gehen erst weg. Oh. Die Würmer gehen erst weg, nachdem wir das im Kopf haben. Das ist natürlich nicht. Unser Angler da unten, der hat seinen Spaß. Oh, der hat ja nicht viel Atem. Oh, der hat ja nicht viel Atem. Boah, ist entspannt. Entspannend, wie zu übermieten. Wie an... Wie an... Wie Regen in... Okay, jetzt haben wir... Eisenbahn und ein... Wunderpotion. Das ist voll nett. Wunderpotion. Wunderpotion. ...eisenbarren... ...wir sollten viel öfter mal abnehmen gehen... ...so... ...hey... ...oh, da draußen zwei Segelgel... ...ja... ...a Antiskennung Passiertisch... ...nein! Scheiße! Ich guck mal, was man aus dem Bass machen kann... ...bass scheinen... ...naja... ...mach die... ...hierwettigsten Fische zu sein... ...Cookeredfish kann man daraus machen... ...dann braucht man nur einen Open... ...ohh, lecker! Das hier kann man gar nichts machen... ...und aus dem alten Schuh auch nicht... ...wenn ich den auch einfach mal irgendwo hinstellen... ...nö, da noch... ...ok... ...nach zwei alte Schuhe hat... ...kann man sich den mit dem Schuh Paar machen... ...oh, ist ja nicht klar... ...und da... ...ok... ...fisch... ...ja, das... ...das ist... ...es ist ein echt cooles Feature... ...geil... ...das ist voll geil... ...wir haben wieder ein paar Fische... ...würde ich sagen... ...machen wir heute ne... ...schicht... ...eralt? Aurelge. Vorganggrimmelt... ....ah, haben wir hier noch friday zu essen... ...das ist echt cool im Tischen geschehen und das gefährden gut... Ich bin mir da und da. Ich bin mir da und da. Let's go. Wie schnell sind denn die Vieher teilweise? Ich bin zu langsam gerade, weil ich mich gerade nebenbei aus essen konnte. Das war am besten. Ein alter Schuh! Jawoll! Jetzt haben wir noch einen. Den anderen weg. Der Schuh. So ne Scheiße. Warum haben wir das denn gemacht? Die Tronkrei noch irgendwie als Küder verwenden? Na wie? Das kann man nicht sagen. Äh, nicht mit dem Wacknet. Nee, ich mag keiner Fisch. Okay. Das ist auch noch Wörmchen. Die Wörmchen werden nicht alle verschwenden. Oder eigentlich. Die Wörmchen. 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 Bei dig, ich 가져 die Wörmchen. Nun. Bei Ini worden! Wir haben den schon... 12 Minuten... 12 Minuten Hangeln! Yay! Voll spannend! Hammer cool, aber das sind jetzt auch hier spontane Aufnahmen für die nächsten Tage, weil der cooler Typ ja nicht da ist. Er muss ja mitfahren, ja nicht? Toll! Spannender, ne? Dem Ort, wo ich jetzt fast rausgeplappert hätte. Das kann ich was hier machen. Das sieht auch mal ganz interessant aus. Oh mein, er hat nen Schuh! Jawoll! Können wir dir vorstellen, die Brain-Fact, die hier Vorsitzenden sind? Oh, ist das spannend! Noch eine Tintchen! Maler! Es ist keiner im Wasser außer dir! Was schmeißt du da alles rein? Ohne Scheiß! Verpasst es unsere gesamte Umwelt? Loll! Maler! Hab ich gerade nicht... Krieg's noch? Oh? Weg wieder... Oh Gott! Maler weiter. Oh ne Tin-Can! die kiste das ist voll so aufgeregt tanksten und hinbauen da habt ihr gerade die boost gesehen das war der boost den ich angesprochen habe in der folge wo wir den enter bekommen haben und kommt unter kommt unter die ja ich weiß denn wir haben mehr kapitel hier Das heißt... Verdammt! Und die können wir eigentlich mitnehmen? Fischerrand hier vorne war so unwichtig. Aber wir nehmen mal den Fisch in die Hand und fangen mal an. Kann ich mir den Fisch von hier reingeschmeißen? Mal da! Okay, verstehe ich den noch nicht ganz, wenn man den ansprechen soll. Hm, auch egal. Oh, wartet kurz. Oh! 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 Ja, der Ben El, verabschiedet sich damit heute von euch und wir sehen uns dann beim nächsten Hero wieder, ihr krass mit und deinen Büchern. Bis dann, tschüss.